Studienorientierung Infos rund ums Studium Möchtest du mehr darüber erfahren, wie ein Studium aufgebaut ist und welche Voraussetzungen du erfüllen musst? In diesem Video gibt es Hintergrundinformationen Zugangsvoraussetzungen Grundsätzlich benötigt man für ein Studium eine sogenannte Hochschulzugangsberechtigung, HZB, zum Beispiel Das Abitur Es berechtigt zum Studium an Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften Oder die Fachhochschulreife Sie berechtigt zum Studium an Hochschulen für angewandte Wissenschaften Es ist auch möglich, sich über die berufliche Laufbahn für ein Studium zu qualifizieren Allgemeine Infos zum Thema gibt es zum Beispiel auf der Seite www.hochschulkompass.de unter dem Stichwort Voraussetzungen für ein Studium Achtung! Regelungen können im Einzelfall je nach Hochschulform und Bundesland unterschiedlich sein Für einzelne Studiengänge kann es auch zusätzliche Voraussetzungen geben Zum Beispiel einen Ausbildungsvertrag beim dualen Studium, ein Vorpraktikum oder eine Eignungsprüfung Semesterzeiten An den meisten deutschen Hochschulen wird das Studienjahr in zweieinhalb Jahre, also Semester, aufgeteilt Das Wintersemester beginnt Ende September, Anfang Oktober Eine Bewerbung für Studiengänge, die dann starten, ist in der Regel bis zum 15. Juli möglich Das Sommersemester beginnt Ende März, Anfang April Eine Bewerbung muss in der Regel bis zum 15. Januar erfolgen Die Semester beinhalten Vorlesungszeit, Prüfungszeit und vorlesungsfreie Zeit, auch Semesterferien genannt Aufbau eines Studiums Ein Bachelorstudium hat eine Regelstudienzeit von 6, 7 oder 8 Semestern Regelstudienzeit bedeutet, dass gewährleistet ist, dass das Studium in dieser Zeit absolviert werden kann Ein Beispiel mit 6 Semestern Zu Beginn des Studiums ist durch Pflicht- und Grundlagenfächer meist relativ viel festgelegt Im Verlauf und zum Ende des Studiums hin kann durch Wahl- und Schwerpunktfächer ein individuelles Profil gebildet werden Kurz vor oder zu Beginn des ersten Semesters bieten Vorkurse oder Orientierungswochen einen Einstieg ins Studium Oft, insbesondere an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, liegt am Ende des Studiums eine längere Praxisphase Bevor das Studium dann nach Erstellung der Abschlussarbeit endet Während eines Semesters werden verschiedene Veranstaltungsarten angeboten Vorlesungen, Seminare, Übungen oder Tutorien Eine oder mehrere Veranstaltungen zu einem Thema bilden ein Modul Für das Modul gibt es eine Gesamtnote und Credit Points ECTS Credit Points beschreiben den Arbeitsumfang, Workload eines Moduls Zulassungsbeschränkung Studiengänge sind entweder zulassungsfrei oder zulassungsbeschränkt Zulassungsfrei heißt, man kann sich ohne Bewerbung direkt einschreiben Zulassungsbeschränkt heißt, für die Studienplätze gibt es ein Bewerbungs- und Auswahlverfahren Aber auch für zulassungsfreie Studiengänge kann es manchmal zusätzliche Voraussetzungen geben Zum Beispiel einen Ausbildungsvertrag für ein duales Studium oder ein Vorpraktikum Übergang Studium Beruf Es gibt verschiedene Möglichkeiten und Zeitpunkte vom Studium ins Berufsleben zu starten Nach einem Bachelorstudium von 6 bis 8 Semestern an Universität oder Hochschule für angewandte Wissenschaften Kann man entweder direkt in die Berufstätigkeit starten Oder ein Masterstudium von 2 bis 4 Semestern ebenfalls an Uni oder HAW anschließen Viele starten nach dem Masterabschluss in die berufliche Tätigkeit Aber natürlich ist es auch umgekehrt möglich Erst Berufserfahrung sammeln und dann einen Masterabschluss anstreben Neben den Bachelor-Master-Studiengängen gibt es noch die Universitätsstudiengänge Die mit einem Staatsexamen nach 8 bis 12 Semestern abschließen Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums ist es auch möglich In einer Promotion einen Doktortitel zu erlangen In den meisten Bundesländern muss hierzu eine Universität die Betreuung übernehmen Der Übergang Studium Beruf gestaltet sich also insgesamt sehr individuell Dazu gehört natürlich auch die Option Nach dem Schulabschluss zunächst eine berufliche Ausbildung zu absolvieren Und später zum Studium an die Hochschule zu wechseln Beziehungsweise sich über die berufliche Laufbahn für ein Studium zu qualifizieren Das war ein Schnelldurchlauf durch zentrale Themen der Studienorientierung Noch Fragen? Die allgemeine Studienberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Unterstützt gern bei allen Fragen rund ums Studium Die Kontaktdaten finden Sie im Internet unter www.h-bas.de 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 Vielen Dank.